Nach 400 Metern links abbiegen, dann im Kreisverkehr einfahren. Jetzt muss ich ja da mal dumm, weil die mich schon wieder nach Copeland schicken, das mache ich. So was gibt es doch nicht mehr. Neuberechnung im Gang. Ja, genau. Ich fahre dann jetzt schon wieder nach Copeland. Fahren Sie zwei Kilometer, dann rechts abbiegen. Ne, ne, ich biege nicht rechts ab. Ich fahre jetzt Janne Mose vorbei. Ich fahre jetzt schon wieder nach Hause. Ich fahre jetzt schon wieder nach Hause. Ich fahre jetzt schon wieder nach Hause.